Ginelli ist eine Art Design-Baukasten im Internet, wie es schon einige andere gibt, aber Ginelli hat ein Alleinstellungsmerkmal. Sie können damit nämlich interaktive Bilder erstellen. Sobald Sie sich angemeldet haben, können Sie für das kleine Pluszeichen auf diese Übersichtsseite kommen und wählen hier Interactive Image aus. Ja, als erstes müssen wir natürlich ein Bild uns reinholen, das als Hintergrundbild fungieren wird und auf diesem Bild werden wir dann verschiedene andere Medien platzieren. Ich habe hier ein Bild vorbereitet und hole es hier als Hintergrundbild einfach in meinen Editor. So, das Hintergrundbild ist hier und als erstes können wir zum Beispiel auch noch einen Text ergänzen. Das hat jetzt mit der Interaktivität nichts zu tun, aber hier sehen Sie, Sie können hier Ihr ursprüngliches Bild auch noch verändern, indem Sie hier zum Beispiel einen Text hinzufügen. Das funktioniert ganz einfach, wie mit anderen Texteditoren auch. Und das Nette ist, Sie können zu Ihrem Text dann auch eine kleine Animation hinzufügen, so wie Sie es vielleicht aus PowerPoint kennen. Ja, ich wähle hier noch eine andere Farbe und hier im linken Balken sehen Sie dann den Punkt Animation und so wie in PowerPoint können Sie hier kleine Animationen auswählen. Ich werde hier Slide auswählen, von oben und dann sehen Sie, der Text kommt so hereingeflogen. Mit dem Button Preview rechts oben können Sie immer eine Vorschau Ihres interaktiven Bilds ansehen. So, jetzt geht es zur Interaktivität. Interactivity links oben wählen wir aus und Sie sehen hier eine Vielzahl von Marken, die wir nun setzen können und hinter diesen Marken können wir dann andere Medien oder auch Texte hinterlegen. Viele Marker sind hier vorhanden, Sie sehen eine große Auswahl. Ich wähle hier als erstes so einen animierten Marker aus, platziere ihn ganz einfach auf der Stelle in meinem Bild, wo ich etwas hinterlegen möchte und Sie sehen, wenn ich draufklicke, taucht hier so ein kleiner Finger auf und hier werde ich als erstes einen Tool-Tipp jetzt einfügen. Das heißt, wenn jemand mit der Maus dann über meinen Marker drüber fährt, wird sofort in dem Fall zum Beispiel ein Text eingeblendet. Sie haben hier auch wieder einen kleinen Editor zur Verfügung und über Preview sehen wir uns wieder an, wie unser interaktives Bild bis jetzt aussieht. Our House, das fliegt von oben herein und wenn ich jetzt über meinen Marker drüber gehe, taucht das Wort Bedroom auf. Okay. Platzieren wir noch einen weiteren interaktiven Punkt auf unserem Bild. Ich wähle hier jetzt einen Play Button aus und unter Actions finden wir so einen Play Button, der schon andeuten soll, dass sich darunter jetzt ein Video befinden soll. Ich klicke wieder auf meinen kleinen Finger, habe schon einen Link zu einem YouTube Video kopiert, werde dann über ein Window hier einfügen, also das Video soll in einem kleinen Fenster auftauchen. Es wird sofort hier angezeigt. Ich kann den Link hier oben zum Video dann gleich wieder rauslöschen. Mein Video bleibt erhalten. Ich speichere und über Preview sehen wir uns sofort wieder an, wie unser Bild aussieht. Alles funktioniert und jetzt schauen wir uns das Video an. Jawohl, es wird sofort angezeigt und kann auch schon abgespielt werden. Vielleicht noch ein letztes Beispiel. Ich wähle mir wieder einen ganz neuen Marker aus und platziere den über der Badewanne, die mir hier in dem Bild nicht so gut gefällt und möchte stattdessen eine andere Badewanne hier als Bild im Bild sozusagen anzeigen lassen. Und zwar wieder über ein Window, also in einem eigenen Fenster. Ich hole mir hier ein Bild rein. Jawohl, das Bild soll dann angezeigt werden. In mittlerer Größe, Medium habe ich hier unten ausgewählt. Und über Preview sehen wir uns wieder an, wie unser fertiges Bild nun aussieht. Ich klicke hier drauf und meine Badewanne wird angezeigt. Ja und so können Sie nach und nach Ihr interaktives Bild aufbauen. Wenn wir fertig sind, gehen wir hier oben auf Share und Sie erhalten hier über das zweite Symbol einen Link und über das dritte Symbol einen Einbettungscode, sodass Sie Ihr interaktives Bild auch in die eigene Website einbinden können.